Hi und herzlich willkommen zur Folge 31 des Mindful Upgrade Podcasts, dein veganer Biohacker-Podcast. Mein Name ist Robin und am heutigen 6-Minute-Friday habe ich wieder eine kurze, aber intensive Folge für dich am Start. Kurz und intensiv sind auch die Stichwörter, wenn es um eins meiner Lieblingsthemen geht. Dem berühmt-berüchtigten Mittagsschlaf, dem Powernap. Heute erfährst du alles in sechs Minuten zum Thema Powernapping. Wie lange er sein sollte, wie am besten das Setting dafür aussehen kann. Und ja, und was du auch für Benefits für dich und deinen Körper davonträgst sozusagen. Ja, die Show Notes gibt es wie immer unter www.mindful-upgrade.ch Slash Folge 31 und nun wünsche ich dir viel Spaß in den kommenden 6 Minuten. Herzlich willkommen bei Mindful Upgrade Podcast. Dein Podcast für ein proaktives und selbstbestimmtes Leben. Lerne, wie du mit Plant-Based Biohacking und Primal Body Practice auf natürliche Weise dein Energielevel steigerst mehr Fokus kreierst, sowie körperlich und mental fitter wirst. Es warten interessante Themen und spannende Gäste auf dich, um dir zu zeigen, wie du ein unerschütterliches Skillset aufbaust, welches dir mehr Freiheit, Gesundheit und Power gibt. Aktiviere also jetzt dein Flow-State und werde selbst zum Biohacktivisten mit einer neuen Folge des Mindful Upgrade Podcasts. Hey Biohacktivist, was geht bei dir? It's 6-Minute-Friday-Time und 6 Minuten laufen genau ab jetzt. Ja, meine Mutter, die wusste früher schon, wie wichtig der Mittagsschlaf ist und ich als Kind habe damals noch gemeint, so, ja, ist doch langweilig und lass mal was unternehmen. Und im Endeffekt habe ich trotzdem auch mich immer ins Bett gelegt und hatte dann Energie bis spät in die Nacht hinein. Und, ja, da siehst du einfach halt, was ein Mittagsschlaf so bewirken kann auf deinem Energielevel. Und, ja, Pausen sind einfach wichtig, ja, nicht nur um Fokus zu bewahren, sondern auch um deine Energiereserven aufzuladen. Jetzt muss der Mittagsschlaf nicht unbedingt eine Stunde dauern oder zwei Stunden. Bereits 20, aber auch 10 Minuten reichen schon, um spürbare Benefits zu erzielen. Ja, bewusste Naps von unter 30 Minuten haben vor allem den Vorteil, dass du nur in eine leichte Schlafphase kommst und die Tiefschlafphasen vermeidest. Und die Tiefschlafphasen sind ja die Schlafphasen, die uns immer so ein bisschen fertig machen und wo wir dann ja noch nicht ganz auf der Höhe sind. Du kennst das vielleicht. Ja, australische Wissenschaftler fanden sogar heraus, dass bereits 10 Minuten Neppen alle Vorteile eines erholsamen Nickerchens mit sich bringt. Wie krass ist das denn? Und 10 Minuten hat, glaube ich, jeder von uns am Tag. Ja, und diese Vorteile sind halt einfach eine verbesserte Leistungsfähigkeit und Reaktionsgeschwindigkeit und diese hält sogar in der Studie bis zu drei Stunden nach dem Schlaf an. Ich verlinke die Studie auch gern nochmal in den Shownotes. Sie ist echt interessant. Ja, du erhörst auch deine Achtsamkeit und deinen Fokus und außerdem hat das noch eine positive Auswirkung auf dein Kurzzeitgedächtnis. Ja, dann was sind noch Vorteile? Weniger Appetit zum Beispiel, vor allem so auf fettige, ungesunde Sachen. Ja, das habe ich auch selber schon oft gemerkt. Und jetzt kommt das Beste, es erhöht deine Entscheidungsfähigkeit um bis zu 50 Prozent. Und das ist so wichtig, weil wahrscheinlich bis mittags haben wir schon so viele Entscheidungen verbraucht und wir haben nur ein gewisses Kontingent an Entscheidungen pro Tag. Ja, deswegen merkst du auch einfach so, dass du nach Feierabend am Abend manchmal gar keine Lust mehr hast, dich mit irgendwelchen Sachen zu beschäftigen, wo du dich entscheiden musst. Genau. Wie startest du jetzt am besten? Ja, erstmal sorgst du am besten für ein ungestörtes Setting. Und du machst auch dein Handy aus oder in den Flugmodus und sorgst dafür, dass es relativ dunkel ist in deiner Umgebung. Wenn das nicht der Fall ist am Mittag, was noch oft sein kann, jetzt vor allem im Sommer, dann trägst du am besten eine Schlafmaske, die alles gut abdunkelt. Ich bin auch auf jeden Fall ein Fan von Brainwaves. Und das sind einfach so Gehirnwellen. Die kannst du dir einfach einen Kopfhörer aufsetzen. Und dann gibt es verschiedene Apps, die dein Gehirn quasi mit solchen Brainwaves triggern können. Und da benutze ich die App Atmosphere. Binaural Beats heißt die. Die gibt es, glaube ich, nur für Android. Dann gibt es noch Psyz, also P-Z-I-Z-Z. Ich verlinke das alles nochmal in Shownotes. Und die ist dann auch so ein bisschen angeleitet und mit verschiedenen Tönen und Sounds. Das ist richtig geil zum Einschlafen auch. Und dann gibt es noch Calm Sleep. Ja, das ist meine Meditations-App und die hat auch so Schlafprogramme. Teilweise auch, wo sie dir so Schlafstorys erzählen. Aber das ist jetzt für ein Powernap nicht so interessant. Und ja, die richtige Zeit wäre dann zwischen 12 bis 14 Uhr, dass du dich dann da hinlegst. Und ja, dann machst du die Brainwaves an. Idealerweise halt fängst du in einem Alpha, also mit Alpha-Wellen an, um halt so ein bisschen runterzufahren. Und dann gehst du in einen Theta-State und zum Aufwachen dann so in einen Gamma-State. Ja, das sind solche ganz schnelle Töne. Und die helfen dir extrem dabei, halt wieder richtig am Start zu sein danach. So, und dann gibt es noch einen richtig coolen Hack. Den habe ich vom Fabian Fölsch von Brain Effect. Und den hatte ich auch im Interview letztens. Da geht es nur ums Thema Schlaf. Verlinke ich auch gerne nochmal in den Shownotes. Und der meinte, Koffein einnehmen. Und zwar kurz bevor du halt dich hinlegst. Entschuldigung, zum Powernap. Und da kannst du zum Beispiel einen Guayusa-Tee nehmen, wo ich halt echt Fan von bin. Einen Espresso oder einen Grüntee. Und das Coole ist, der wirkt halt erst nach 20 Minuten. Und wenn du dann quasi aufwachst, dann hilft er dir halt wieder fitter zu werden, schneller. Ja, dann kannst du den Wecker stellen, eine kurze Einschlafzeit einberechnen. So zwischen 15 und 25 Minuten mache ich das meistens. Stelle ich den Wecker. Entschuldigung, ich habe mich ein bisschen verschluckt. Ja, und wenn der Wecker klingelt, ist dann halt ratsam langsam aufzuwachen. Vielleicht noch so ein bisschen zu chillen. Und nicht dann langsam zu stretchen. Und dann auf jeden Fall Sonnenlicht zu tanken. Und eventuell etwas zu trinken. Was auch sehr wichtig ist, ist noch einen positiven Gedanken zum Aufstehen zu haben. Ja, viele, die denken dann, okay, jetzt muss ich aufstehen. Nein, jetzt muss ich arbeiten. Nein, ich würde auch gerne noch ein bisschen weiter schlafen. So sollte man es nicht machen. Am besten einfach wirklich zu sagen, jetzt bin ich so richtig fit. Und jetzt habe ich geil geschlafen. Und jetzt habe ich was für meine Gesundheit getan. Und da bist du gleich wieder in diesem Mindset der Selbstliebe auch, dass du etwas für dich getan hast, was sehr wichtig ist. Genau. Ja, und wie gesagt, es sind ein Haufen Vorteile. Ich habe einige schon genannt. Du kannst zum Beispiel auch das Risiko, an einem Herzinfarkt zu erleiden, um 37 Prozent senken. Das musst du dir mal reinziehen. Das ist echt krass. Und das, wenn du sogar nur dreimal pro Woche ein Powernap machst. Und ich glaube, das ist für jeden von uns mehr als möglich. Dann gibt es noch die 60-Minuten-Naps. Ja, das ist so ein Slow-Wave-Nap. Und der hilft dir zum Beispiel, deine Entscheidungsskills aufzubauen und fördert deine Gedächtnisleistung. Und dann den Full-REM-Schlaf, also Rapid Eye Movement. Das sind 90 Minuten. Das ist quasi ein ganzer Zyklus. Und ja, der hilft dir zum Beispiel, komplexe Probleme zu lösen oder erhöht auch deine Neuroplastizität. Also einfach die Verschaltung von Neuronen in deinem Gehirn. Aber da musst du halt bedenken, dass du danach etwas schläfrig bist. So, und jetzt sind es sechs Minuten rum. Aber eine Sache habe ich noch. Möchte ich dir einfach mit auf den Weg geben. Höre auf deine innere Uhr. Nämlich die sagt uns meistens mit dem Mittagstief, dass wir uns jetzt endlich mal ein bisschen entspannen sollen von vielleicht einem umtriebigen Vormittag. Und ja, und dann entweder meditieren oder eben so ein Powernap machen. Das hat extrem viele Vorteile für den weiteren Verlauf des Tages. Ja, bau dir Naps auf jeden Fall regelmäßig ein, weil das steigert ihre Wirkung und versuche immer so dieselben Zeiten einzuhalten. Und dann wirst du auch schon richtig bald die Vorteile erleben. Also wenn ich das mache, ich merke es meistens schon direkt danach. Ja, ich bin fokussierter. Ich habe eine bessere Laune. Und ja, mein Energielevel ist einfach höher. Und ja, ich bin halt nicht so den ganzen Nachmittag so müde oder habe irgendwie das Gefühl, ich muss jetzt Zucker essen und so weiter. Und mir hilft das. Und ich finde, das ist ein super geiler Hack. Und ich hoffe, er hat dir genauso geholfen wie mir oder wird dir genauso helfen, wie er mir jeden Tag hilft. Und jetzt ist es bei mir 13.56 Uhr. Das passt noch gerade rein für einen kurzen Powernap. Und dann wünsche ich dir ein wunderschönes Wochenende. Und wir sehen uns bereits wieder am Montag mit einem richtig tollen Interview. Mach's gut, dein Biohaktivist. Boom Biohaktivist. Danke, dass du eingeschaltet hast zu dieser Folge des Mindful Upgrade Podcast. Ich bin Robin und ich freue mich wahnsinnig, dass du mir deine Aufmerksamkeit und deine Zeit geschenkt hast. Möchtest du erfahren, wie so ein Leben als Biohaktivist aussieht und hinter die Kulissen dieses Podcasts schauen? Dann folge mir jetzt auf Instagram für exklusiven Pflanzen- und körperbasierten Biohacker-Content. Ich freue mich jetzt schon mega, wenn du das nächste Mal wieder am Start bist, wenn es wieder Zeit ist für ein Mindful Upgrade. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020